Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testbericht für www.funkhofförer-infos.de Heute schaue ich mir hier so einen Nachbau der Apple AirPods an, das wollte ich schon länger mal machen. Die AirPods von Apple sind ja relativ bekannt und deswegen gibt es da auch so einige Nachbauten und dieses Modell hier stammt von GearBest, also aus China und hier steht noch 4L12, was das bedeutet, weiß ich jetzt gerade nicht, das werden wir noch sehen und es handelt sich eben um einen True Wireless Kopfhörer Bluetooth 5.0, True Wireless heißt eben, dass keine Kabelverbindung zwischen diesen beiden Stöpseln eben vorhanden ist. Dieses Modell ist relativ preisgünstig und das werde ich mir jetzt anschauen. Jetzt drehen wir das Ganze mal um, hier sehen wir schon mal die Ladeschale und hier steht nochmal der Produktname, es ist auf jeden Fall ein Bluetooth 5.0 plus RDR, dann wird dieser Kopfhörer natürlich per USB geladen und die Zeit liegt zwischen 2 und 3 Stunden, die Sprachzeit steht hier, wie lange der beim Musikhören hält, werde ich auch testen und die Ladezeit liegt bei so 40 Minuten circa, steht hier drauf. Das war es jetzt hier auch schon an Infos auf der Verpackung und jetzt beginne ich hier auch direkt mit dem Unboxing. Ganz oben haben wir hier direkt einmal eine Anleitung, da schaue ich jetzt direkt mal rein, einmal Chinesisch und auf der Rückseite haben wir das Ganze dann hier auf Englisch und da steht eben alles beschrieben, wie das Ganze verbunden wird, das werde ich auf jeden Fall alles wieder dokumentieren. Wie gesagt, Englisch und Chinesisch ist die Anleitung. Jetzt nehmen wir hier mal den Kopfhörer raus und mal das Inlay weg, alles einmal heraus. Hier haben wir direkt mal das Ladekabel und das seht ihr hier. Das ist kein Micro-USB, sondern das ist, glaube ich, USB-C. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, es gibt mittlerweile so viele verschiedene USB-Stecker, dass ich das immer wieder vergesse. Da muss ich nochmal nachschauen, da blende ich das auf jeden Fall unten ein. Was das hier für ein Anschlusstyp ist, ihr habt es ja gesehen auf den Fotos, könnt ihr das auch mal genauer sehen und ich habe es ja im Video gezeigt, also ihr wisst auf jeden Fall, was das für ein Anschluss ist. Der kommt dann eben hier rein, das ist das Wichtige, das ist diese Box und da sind die Kopfhörer auch drin. Die seht ihr hier, die kann man auch hier rausnehmen, das mache ich mal. Die nehme ich hier beide mal heraus und da unten drin sind auch Ladekontakte, das ist eine Ladebox. Ob die jetzt einen Akku hat, das habe ich jetzt auch noch nicht genau in Erfahrung gebracht. Da hätte ich vorher gucken müssen, aber wie gesagt, das werde ich unten einblenden. Das muss ich natürlich noch gucken, ob das hier nur über die Box geladen wird oder ob da auch ein Akku drin ist. Das hier sind eben diese Pots, ihr seht hier unten die Ladekontakte, hier chrom sind wir hier glänzt ein bisschen, das ist aber Kunststoff. Dann haben wir hier diese Stöpsel, ich drehe die mal kurz, das sind eben solche länglichen Stöpsel und die werden dann eben ins Ohr gesteckt, so wie man das eben normal kennt, also jetzt nichts hier, nichts Besonderes an sich. Das war es jetzt hier erstmal vom Unboxing, kurz und knapp. Wir haben hier eben die Anleitung, wir haben hier diese Box zum Laden, hier ist noch so ein Knopf dran, da muss ich auch noch schauen, was dieser Knopf bedeutet. Ich muss die Anleitung mal noch genau lesen und das war jetzt hier eben ein kurzes Unboxing. Schick sehen diese Dinger jetzt auf jeden Fall schon mal aus und ich werde jetzt natürlich testen, wie lange halten die, was gibt es hier noch für Funktionen. Ich werde jetzt genau die Anleitung lesen. Ich werde den Klang auch noch bewerten, so wie ich das eben immer mache und dies und mehr gibt es nun wie immer im Anschluss. Aufladen und Pairing Den Ladekoffer mitsamt den eingelegten Kopfhörern habe ich zuallererst mit dem 20 cm langen Lightning-Kabel an den Strom angeschlossen. Das Kabel ist mit Stecker 20 cm lang, also etwas kurz. Der Ladekoffer hat laut Angabe einen 300 mAh Akku verbaut und er benötigt etwa 2-3 Stunden bis er voll geladen ist. Die Kopfhörer waren beim Ladevorgang hier auch eingelegt und diese benötigen circa eine Stunde, um sich voll aufzuladen. Bei circa 50% Lautstärke habe ich in der Praxis eine Laufzeit von etwa 2 Stunden erreicht. Durch den Akku in der Box können wir die Kopfhörer unterwegs auch aufladen. Ich schätze 2-3 Mal, wenn ich davon ausgehe, dass jeder Kopfhörer einen 50 mAh Akku verbaut hat. Genaue Angaben dazu konnte ich nämlich nicht finden, aber bei der Laufzeit und Größe müssten da in etwa 50 mAh Akkus verbaut sein. Während des Ladevorgangs blinkt eine LED im Inneren des Koffers rot. Wenn der Koffer dann voll geladen ist, dann leuchtet die LED einfach permanent rot auf. Bei mir wurde die LED dann blau, wenn ich den Stecker gezogen habe. Wenn ich die Kopfhörer einlege und lade, dann leuchtet oben eine rote LED im Inneren und die untere LED leuchtet blau. Wenn die LED oben ausgeht, dann sind die Stöpsel voll geladen. Wenn wir den Knopf auf der Rückseite der Box drücken, dann gehen die LEDs aus und es wird nichts geladen. Wird der Kopfhörer eingelegt und der Knopf nicht gedrückt, dann schalten sich die Stöpsel automatisch aus und laden sich auf. Die LEDs leuchten jetzt wieder auf und daran merken wir auch, dass der Ladevorgang gestartet wurde. Nehmen wir die Kopfhörer das erste Mal heraus, dann schalten sie sich automatisch ein und begeben sich in den Pairing-Modus. Da blinken dann LEDs an beiden Kopfhörern abwechselnd rot und blau. Nach ein paar Sekunden, die Kopfhörer koppeln sich untereinander, blinkt die LED nur noch an einem Stöpsel rot und blau. Jetzt habe ich mein Smartphone geöffnet und in den Bluetooth-Einstellungen den i12 ausgewählt. Fertig. Wenn wir die Kopfhörer das nächste Mal aus dem Ladekoffer nehmen, so stellen sie die Verbindung zum zuletzt verbundenen Gerät automatisch wieder her. Bedienung Beide Ohrstöpsel haben eine Touchfläche auf der Außenseite. Wird diese kurz angetippt, so wird die Musik pausiert oder fortgesetzt. Ein Doppeltippen links senkt die Lautstärke um eine Stufe. Doppeltippen rechts erhöht die Lautstärke dagegen um eine Stufe. Dreimal links tippen springt ein Lied zurück und dreimal rechts tippen springt ein Lied vor. Drücken und halten wir die Fläche für drei Sekunden, dann öffnet sich der Sprachassistent des Handys. Hier ist es aber wichtig, dass wir nur drei Sekunden drücken. Drücken wir nämlich fünf Sekunden, dann schaltet sich der Kopfhörer ab. So ist es auch möglich, den linken abzuschalten und nur den rechten zu nutzen. Verarbeitung, Design und Tragekomfort Schlicht und schick sehen die Kopfhörer definitiv aus. Es sind ja auch Apple-Airpod-Klone. Alles ist aus Kunststoff gefertigt, auch die Chromelemente, die einen Metall-Look haben, sind aus Kunststoff. Für einen Preis von 20 bis 30 Euro kann ich hier nicht wirklich viel bemängeln. Für den Preis wirklich gut. Auf den Fotos im Testartikel und in diesem Video könnt ihr wie immer alles im Detail selbst sehen. Die Stöpsel sind mit jeweils drei Gramm sehr leicht. Wer In-Ears hasst bzw. es absolut nicht mag, Stöpsel in den Gehörgang zu schieben, für den sind diese flachen Stöpsel eine gute Alternative. Allerdings schirmen diese dann die Außengeräusche an sich nicht so gut ab. Das ist aber auch logisch. Ich persönlich fand die Stöpsel deshalb auch sehr bequem. In leisen Umgebungen würde ich diese Bauweise definitiv gegenüber In-Ears bevorzugen. Bei mir hält der Kopfhörer perfekt im Ohr. Auch bei meinem Dad hält er sehr gut. Meinem Dad werde ich die Kopfhörer nach Abschluss des Tests nämlich schenken. Wie gut der Kopfhörer hält, ist generell von der Innenfläche samt Ohrknorpel abhängig. Die Klappe der Ladebox hält magnetisch und lässt sich gut öffnen und schließen. Auch die Kopfhörer halten magnetisch. Das heißt, sie müssen leicht angeschubst werden und gleiten dann von allein in die Ladehalterung. In der Ladehalterung halten sie dann eben magnetisch fest und fallen nicht von alleine heraus. Der Klang Jetzt wird es besonders interessant, denn ich hatte zunächst ein Problem, was allerdings durch mein Motorola G4 verursacht wurde. Wenn ich den Kopfhörer mit meinem G4 verbinde, dann bricht die Verbindung ab, sobald ich das Handy aus der Tasche nehme oder es auch nur leicht von mir entferne. Ich habe den Kopfhörer deshalb dann noch an einem älteren iPhone und an einem Samsung S5 getestet. Hier gab es keinerlei Verbindungsprobleme. Das Problem war also mein Low-Budget-Motorola G4. Das hat im Übrigen schon öfter mal Zicken mit diversen Audiogeräten gemacht. Den Klang des Kopfhörers fand ich gut abgestimmt. Das heißt, den Bass fand ich kräftig und die Höhen und Mitten kamen auch deutlich rüber. Also kein dumfer Klang oder zu viel Bass, wie es oft der Fall ist. Neutral abgestimmt, so wie ich es mag. Ich habe hier deshalb auch keinen Equalizer eingesetzt. Wie immer habe ich Querbeet, Rap, Techno, Pop und Metal gehört. Hat mir persönlich gefallen. Hi-Fi ist das natürlich nicht, aber für den Gebrauch im Alltag oder im Training wirklich gut. Natürlich ist das auch alles in Relation zu einem Preis von 20 bis 30 Euro zu sehen. Daher war ich vom Klang hier positiv überrascht. Ein Problem gibt es jedoch, und zwar wenn man Hörbücher hört. Bei Hörbüchern gibt es nach dem Sprechen immer ganz kurze Pausen, in denen das Signal auf Null runtergeht. Das heißt, absolute Stille. Hier fehlt dann nach einer kurzen Sprechpause der erste Buchstabe des nächsten Satzes. Das klingt dann etwas abgehackt und dieses Phänomen kenne ich von preiswerten Bluetooth-Lautsprechern. Das liegt vermutlich am DSP-Modul. Bei Videos auf YouTube trat dieses Phänomen nicht auf. Hören wir durchgehängige Musik, so gibt es keine absolut leisen Passagen wie bei Hörbüchern. Bei durchgängigem Ton gibt es dieses Problem deshalb nicht. Zum Hören von durchgehänger Musik ist der Kopfhörer für den Preis wirklich eine positive Überraschung, muss ich sagen. Mikrofontest Mit dem Kopfhörer kann man auch telefonieren und nun folgt eine Testaufnahme mit dem Mikrofon. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Y12 und ich habe beide Stöpsel im Ohr, spreche jetzt hier ganz normal, befinde ich mich in einem leisen Raum. Ich werde jetzt den rechten Stöpsel einmal herausnehmen und hier vor meinen Mund halten in ungefähr, sagen wir mal, 15 Zentimeter Abstand. Das habe ich jetzt mit dem rechten Stöpsel gemacht. Den stecke ich jetzt aber wieder zurück ins Ohr. Und jetzt nehme ich den linken Stöpsel einmal heraus, gebe den ungefähr im Abstand von 20 Zentimetern von meinem Mund, spreche ganz normal. Mein Fazit Zuallererst ist das mit eines der preiswertesten TWS-Modelle, die ich bis jetzt getestet habe. Es handelt sich beim Gokomma i12, ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig ausgesprochen, um einen Apple-Airpod-Klon. Die originalen Apple-Airpods kosten, soweit ich weiß, um die 200 Euro. Ich hatte noch nie welche in der Hand und das Video hier ist auch kein Vergleichsvideo. Der Preis liegt je nachdem zwischen 20 und 30 Euro und für den Preis macht man hier wirklich nichts falsch. Das sehe ich zumindest so. Der Klang ist für den Preis gut, es gibt eine Touch-Steuerung und einen Ladekoffer. Wenn ihr also ein besseres Smartphone habt und nicht so ein Low-Budget-Modell wie ich und außerdem keine In-Ear-Kopfhörer mögt, welche in den Gehörgang eingeführt werden müssen, dann ist dieses Modell eine sehr preiswerte Lösung. Für Hörbücher eignet er sich aus genanntem Grund allerdings leider nicht. Wenn ihr allerdings ein billiges Smartphone mit einem schlechten Audiochip habt, wäre ich vorsichtig. Weder mein Moto G4 noch mein altes geroutetes Moto G2 haben eine stabile Verbindung zustande gebracht. Da es aber mit dem Samsung S5 und dem iPhone einwandfrei funktionierte, liegt es an meinem Smartphone. Wenn der Kopfhörer eingeschaltet wird, dann ertönen im Übrigen Sprachhinweise. Am Anfang sagt er Left Channel, dann sagt er Right Channel und dann Connected. So hören wir direkt, ob die Verbindung erfolgreich war. Der Kopfhörer stammt von Gearbest, einem chinesischen Online-Shop. Daher war der Preis auch recht niedrig. Der einzige Nachteil sind die Lieferzeiten, wie immer, von ca. 15 bis 30 Tagen. Den Kopfhörer werde ich im Anschluss meinem Dad schenken, denn der mag keine In-Ear-Kopfhörer, die in den Gehörgang eingeführt werden müssen. Wenn der mir also neue Erkenntnisse berichtet, dann werde ich diese im Testartikel nachtragen. Das war ein weiterer Testbericht von mir und ich hoffe, er hilft dir weiter. Den Link zum Testartikel und zum Kopfhörer findest du unter dem Video. Das war's von mir. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir.